einen wunderschönen guten tag liebe leute ich bin du sie da wir sind zurück in half life elix es ist jetzt wieder ein bisschen dunkler geworden da hinten geht es allerdings man sieht eigentlich ganz gut ich habe es zwar schlimmer erwartet aber gut das ganze hause ist ja kaputt ich habe am letzten märz eine neue waffe bekommen eine kombine waffe maschinenpistole wie viel schuss haben wir denn da 240 coole schüsse sehr geil okay dann kommen wir tatsächlich das ding mal benutzen die schrotflinte ist fast leer und nur noch sieben schuss übrig normale pistole 70 schuss also ich habe immer angst bei diesen dingern hier dass ich meine schüsse zu schnell verschwende und die seite nicht anfangen jetzt wild in der gegnerin zu schießen aber ich glaube es ist ganz hilfreich wenn ich viele biester töten muss hier geht es nicht um die umschnelligkeit aber ich kann ja das ding mal schön testen versuch das mit feuerstößen zu machen oh fuck ich fürchte ohne ohne einen laserpunkt wird das ding so gut wie nicht nutzbar sein für mich muss es schnellstmöglich aufwerten weil ich weiß nicht wohin ich ziele das ding hat ja nicht bei kim und korn oder so so gut hier geht es glaube ich eigentlich ohne wie lange lebt ja eigentlich das gibt es doch nicht aber trifft das ding überhaupt gleich um 30 schuss verheizt oder keinen flieg getötet ach verdammt ey und da hinten ist noch eins krabbel da rum ach wie soll ich das ding denn da raus? das magazin kann man nicht so einfach raus machen ah einfach eingesetzt ganz einfach so ihr blöden scheißviecher echt hinten im boden sterbt endlich gibt es doch nicht ich habe eins erwischt alter wie viele Schuss brauchen wir ganz dringend irgendein Visier das hilft uns nicht noch ein Magazinverbrauch ich fasse es nicht geht noch nicht ich muss es erst leer machen ok, liebe Leute jetzt kann es losgehen oh scheiße ohne Visier mir ist nicht ganz wohl immerhin ist es nicht ganz so dunkel wie ich befürchtet habe sieht das krass aus dass das Haus überhaupt da steht unglaublich fuck ich weiß nicht, ob das das ist eine gute Idee ist scheiße oh Gott, oh Gott, oh Gott oh Gott, oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott oh Gott oh Gott alles lebt ich komme ein Stück gleich von hinten und ich werde panisch hier widerwärtigen ach nee, sag bloß, das habe ich erwischt scheiße oh Gott, oh Gott, oh Gott oh Gott noch eins wie viel die kommen denn mal neu raus kann das sein? oh Gott da muss ich hoch aber sie springen mich nicht an oh Gott ich hebe mir lieber diese Waffe auf schon 100 Schuss oder sowas verballert unglaublich ja, hier waren wir schon oder? klar, hier waren wir schon wir müssen wieder nach ganz oben wo kommen die denn alle her? ich habe sie doch schon alle erwischt blödes Vieh vorbeigesprungen, daruntergekratzt Mistvieh oh Gott fuck, fuck, fuck nein ja der, Mist, der, der hätte erwischt werden können ach man, man, man gut hier muss ich jetzt echt auffassen wir haben sie jetzt erwischt, der mich Gott, verdammt oh man ich sehe ihn halt nicht oh man okay das hat gepasst blöde 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 okay oh man, das sieht so gut aus ich habe glaube ich auch keinen Helm mehr auf also muss man ein bisschen aufpassen daneben, du scheiße ich sehe ihn halt nicht ich brauche das ich brauche das so, wir sind gleich ach, du bist so dumm es ist leer wie oft habe ich geschossen ich bin gespannt was passiert wenn wir oben angekommen sind und weiterkommen oh ist das eine Kamera? wer ist denn äh doch, da war mir schon mal alter, wie viel erschreckt blödes oh 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 fuck ey ich habe mit dem scheiß mich irgendwie nicht gerechnet wo sind wir denn hier? wo sind wir denn hier? ach, hier sind wir jetzt wieder diese verdammten Parasiten überhaupt naja, hier sind wir wieder ich erinnere mich als wäre das zuerst tot gekommen oh man oh oh wo ist das? wo ist das? oh oh okay Oh 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 wie geht es da wie kann ich das denn? Ach du Scheiße. Komm ich jetzt da rüber? Ja, durch den Aufzug. Über den Aufzug. Ja, ich glaube, der war das jetzt mal zu. Ah, nee. Die springen ja hier nicht. Doch, sie springen. Ich bin schon wieder mit dem Zeckenviecher, echt. Oh mein Gott. Und jetzt da hoch? Okay, das muss eigentlich gehen. Okay, versuchen wir es mal. Oh. Ja, da sind wir wieder. Scheiße. Ach so, das ist der Aufzug. Einfach mal nach unten rutschen, die ganzen Mistviecher absäbeln. Okay. Oh Gott. Wo ist das andere? Oh Gott, das hat mir nicht viel Leben gekostet. Aber Gott, was. Ekelhafte Mistviecher. Ekelhafte Mistviecher. Du Scheiße. Das sind überall. Oh Gott. Nein. 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 Oh. Nein. Oh. Eine Bombe. Eine Bombe. Ich frage eine Bombe. Scheiße. Scheiße. Okay, jetzt weiß ich, wofür wir das Ding brauchen hier. Oh Gott. Ah. Oh Gott. Da hat. Da hat so eine Knackle-Granate wirklich geholfen. Ah. Wiederwärtige Mistviecher. Oh mein Gott. Oh Gott. Die Munition geht zu einer Ecke, liebe Leute. Was ist denn? Raus, raus. Oh mein Gott. Ich will hier raus. Mist. Ich hätte vielleicht nicht so viel Munition verheizen sollen. Und mich eher angreifen lassen können. Aber da vorne kann ich mich komplett heilen. Der Schutz ist weg. Sehr schön. Gut. Jemand soll dieses Haus sprengen, echt. Gut. Tut mir leid, Buddy. Halbes Herz. Das tut mir so leid, ey. Okay. Wir sind soweit. Wer weiß, was mich erwartet. Ich habe nicht mehr so viel Schuss hier drin. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay. Mitziplin. Seguro. No, wir haben mitziplin. Okay. Okay, hier ist nix. Da bin ich gekommen. Ich brauch ein ordentliches Visier für das Ding. Okay, hier ist auch nix. Das ist mir zu gut. Oh fuck, das ist ein gutes Zeichen. Was ist das für ne eklige Höhle da unten? Ich hab grad nen Billardtisch hier gesehen. Okay. Hier gibt's bestimmt neue Munition. Das ist ein fettes Kabel. Mal gucken, ob hier die Energie entlang läuft. Vielleicht zieht man das irgendwie. Scheinbar nicht. Nicht sichtbar. Oh nee, oh nee, oh nee. Das ist ein Blitzhund. Zwei Blitzhunde. Nein! Da wächst ein Baum im Haus. Ich fass es nicht. Das ist ein halbes Biotop hier. Haben wir das Dach endlich erreicht? Streiten die sich? Die streiten sich? Ich kann das irgendwie ausnutzen. Das muss ich irgendwie aufbekommen. Alles klar. Vielleicht zwei so Saves. Wahnsinn. Auf, auf, auf. Oh. Oh. Schande. Es wird nicht einfacher. Ja. Sehr schön. Das kann mir gut gebrauchen alles. Angefähr. Nochmal. Okay. Make quick work of that. Aha. Er ist wieder da. Haha. Eine einzige Granate. Joghurt einteilen. Okay. 150 Schuss. Oh. Mit dem einen Gerät. 70 mit dem anderen. Ich versuche es mal mit dem hier. Weil ich habe das Gefühl, wir müssen uns die MP gut einteilen. Wir müssen einen Blitzhund töten. Was haben wir das? Ist das brennbar? Oh ja. Oh. Oho. Aha. Was sagen die Kollegen dazu? Gucken wir uns erstmal hier um, was hier ist. Eine Treppe. Gut. Dann. Erleben wir, dass wir da unten hin. Dann können wir es bestimmt gut gebrauchen. Gut. Wo ist die gute Granate? Hier. So. Dann gehen wir da runter. Okay. Hier müssen die Blitzviecher gleich sein. Ich sehe nichts. Oh Gott. Okay. Na gut. Ich werde hier richtig ausgestattet hier. Sehr gut. Ach. Jetzt komm. Sei doch nicht so. Das ist aufzuholen. Gott. Was hast du Schönes für mich? Ein einziges Magazin. Magazin, na gut. Wie da unten der Sabber rauskommt. Okay, wir kommen hier nicht durch. Das Kabel läuft da durch, aber... Jetzt geht's weiter. Ja, da müssen wir wohl runterspringen. Okay, gucken wir mal, was wir da rüber. Na ja. Sie sind beide verschwunden, die beiden Trottel. Schade, ich hätte sie da unten gut zusammen erwischen können. Aber da noch eine Kanade. Ach nee, sah nur so aus. Ja, sie sind weg. Schade. Haben sie versteckt? Okay, die sind ja, wie wir wissen, soweit ich weiß... Oh shit, die können... Vielleicht den da zum Leben bringen. Soweit ich weiß, sind die schreckhaft. Die verschwinden. Deswegen kann ich da wahrscheinlich runterspringen. Habe ich wohl? Scheiße. Nicht gut. Ah, Mist. Das wird unser Blitz zusammenwirken. Das wird unser Blitz zusammenwirken. Ja. Zwei davon. Das... könnte höchst unerfreulich werden. Aber die Granate wird helfen. Nein. Der hat doch gelebt. Der hat doch... Der hat doch geschlafen. Super. Nein! Da bin ich gerade lieber auf das Blitz wie ich alleine. Vielleicht... Vielleicht kann ich es hier in die Enge treiben. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das war der Blitz. Da ist er. Oh, nein. Ich weiß nicht. Ich hoffe, das wird so nicht. Oh, nein. Oh. Oh, nein. Was ist jetzt los? Hat mich erwischt. Oh, komm schon echt? Oh, komm schon echt. Hat mich erwischt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, okay. Gut. Oh, Scheiße. Was ist das falsche Ding? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. weg hier weg 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 Was war jetzt? Okay. 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir haben ja Schotflinte. Haben wir auch noch? Schadet nicht. Ich weiß, wahrscheinlich gar nicht so klug. Okay, Moment. Passt. Das scheiß wie für die ganzen anderen Zombies auch noch gefallen. Oh Gott. Scheiße, ich bin ein Trottel, ich bin ein Trottel. Ich hätt's erwischen müssen. Ich hätt's erwischen müssen. Nein. Nein. Oh. Ui. Oh, ihr werdet's grill. Fuck. Was, der ist doch schon tot. Der ist doch schon... Das ist doch nur gut. Oh mein Gott. Ich dachte... Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich werde sterben. Weck hier, weck hier, weck hier. Lauf. 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 Oh mein Gott. Okay, äh. Scheiße. Ich habe irgendwo noch so ein Ding gesehen. Oh, du fuck. 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 Bei beiden Seiten. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Oh, scheiße. Okay. Das war fies. Oh Gott. Okay, das war fies. Ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm, aber... Wenn man in Panik verfällt, ist es schlimm. Also mal gucken. Wird schon werden. Ich wurde ja ganz gut ausgerüstet. Also, ich habe gesehen, diese Teile hier, diese Granaten bringen nichts gegen die Blitz-Zombies. Aber vielleicht... Vielleicht bringen sie schon was. Vielleicht bringen sie was gegen die Blitz-Hunde. Könnte ja sein. Ich weiß nicht, was die beste Waffe ist gegen die Blitz-Zombies. Ich glaube diese hier. Weil ich gezielt auf die Blitz-Teile schießen muss. Und wenn ich da so einen Blitz-Hund vor mir habe, dann kann ich die MP nutzen. Weil es muss möglichst schnell gehen. Guck mal her. Die strahlen sich jetzt ja noch. Wie können wir das immer sehen? Okay, der hat nicht geholfen. Schade, schade, schade. Na, wie ist die Lage da unten? Mein Gott, ist das fies da unten. Ja, komm her. Ja, komm. Ich bin hier. Jo, der ist weg. Ich habe ja noch so eine feine Granate. Ich werde das mal speichern. Gut. Es sollte hier nicht zu viel rumrennen. Hier sind zwei Blitz-Zombies. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß auch nicht. Ich muss auch nicht. Ich mache es mal. Gucken wir, was passiert. Da wird schon wieder einer. Vielleicht sollte ich sie alle an eine Stelle bringen. Oder? Woher? Alle an eine Stelle? Alle an einer Stelle erledigen? Ach du fuck, da geht's ja los. Ach nee, Moment mal. Oh, Moment, da geht's ja los. Geht's los. Vielleicht. Nein, 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 nein. Ich trottel, ich trottel. Fuck, 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 fuck. Okay, da muss ich weg. Ach du Scheiße. Ich trottel. Oh Gott. Oh, Moment, Moment, Moment. Oh, Moment, Moment, Moment. Diese kleinen scheiß Blitzvieh hier hin. Ich tue jetzt schon. Schon leer. Ich tue jetzt schon. Fuck. Du verdammtes Scheiß Blitzvieh. Oh mein Gott. Bleibst du hier? Bleibst du hier? Du kleiner Scheiß. Scheiß Blitz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, komm her. Da sind sie. Alle beide. Hör auf. Beähne dich, du warst mein Mensch. Fuck. Okay, da kommt der Nächste. Jetzt werde ich hinter dem her. Ich hoffe, sie habe ich nicht erwischt. Oh nein. Hey. Oh Gott, oh Gott. Wo hat der sein? Wo hat der denn jetzt? Was ist denn das blöde Scheiß? Ein scheiß feindlicher Misthaufen hier. Da ist er. Ach Mist. Oh nein. Oh nein. Ich dachte, der ist gar nicht so weit, dass ich wieder ausweige muss. Scheiße. Okay, ah. Nein. Das ist gar nicht so weit, dass ich wieder ausweige bin. einer geht ja von beiden seiten was machst du da? jetzt weiß ich die Fühle oh mein Gott oh mein Gott jetzt bin ich so weit oh nein wieso denn? ich bin fast tot ich bin fast tot wo ist er? der ist abgehauen ich weiß es nicht ich fühle mich so aus wie tot es ist tot es ist tot ich hab dich Papier nein du lässt mich nicht nein last one nein was war letztes? oh mein Gott ok ich hab irgendwo noch eine Spritze glaube ich jetzt ziehen ich brauche eine Spritze fuck ok einer weniger ich speichere das mal ja jetzt reicht einer irgendwo muss da noch eine Spritze sein hinten irgendwo ist noch einer oh Gott was für kleine Mistviecher was für kleine Mistviecher ok der lässt sich gerade im Moment nicht blicken zwei davon ey wundervlich aber gut den zweiten kriegen wir auch noch ja ich hab mich bloß nicht erwischen müssen nicht erwischen müssen nicht erwischen müssen nicht erwischen weg von dir oh oh scheiße fuck ey ich hab versucht mich in die Ecke zu drängen ok ok na gut ich hab mir zum Glück gespeichert das ist fies hier wirklich aber gut gemacht ok Spritze da lagen überall so viele Spritzen rum jetzt fies hier aber gut das wird schon für die Frage wie wir den jetzt am besten erwischen oh Moment mal ich wollte den gar nicht machen ich kann ja auch hier schon Sprung reinhauen wobei wo ist das Ding ist irgendwo hingeworfen wo ist das Ding da geht ein Ecke auf hilft mir das was bin ich mir nicht sicher nein wo ist das Ding nicht mehr wo ist das Ding nicht mehr und wo ist das Ding ja Scheiße, wie ich hier Komm Alter Das war schon heftig Das war teuer, liebe Leute Gut, den müssen wir mit hochnehmen Für die obere Tür Ich werde mal kurz gucken, ob wir hier noch irgendwie Irgendwas vielleicht vergessen haben Achso Achso Die obere Tür Achso, das braucht zwei Aber So Die Tür ist offen, wenn ich es jetzt wieder rausnehme Geht es wieder zu Alles klar Aber oben war auch noch eine Tür Wo wir so ein Ding für gebraucht haben Krass Mist, man Blöden Blitzhunde Meine Güte Es ist ein Zeug Es bewegt sich Oh Gott Es ist sehr fantasievoll Auf jeden Fall Gut Also ich glaube Haben wir alles Ja Lassen wir das von da hinter uns Ich bin nicht traurig Gut Gut Achso Vielleicht können wir das Teil wieder rum Von unten Einfach rausreißen Oh, Moment Wir brauchen es Und zwei Ah ne Eins reicht Das eine ist ja schon grün Oder Ah Natürlich Klar Wir können das hier Hier rausholen Zum Glück habe ich die Macht Kann ich die Teile einfach herholen Äh, Moment mal Äh Das blaue Ding Achso Mist Das gehört da rein Kann man das werfen Nee Schade Schade Hätte sein können Ich treffe zufällig Na gut Also nehmen wir beide mit runter Was brauchen wir Ja Ja Speist halt auch das da oben Und das hier Alles klar Gut Also das darf ich nicht rausreißen So Jetzt haben wir es geschafft Unfassbar Meine Güte Was sind denn das schon wieder hier? Einfach mit dem Boden verlegt Da haben sich die Mühe gemacht Das irgendwie an die Wand zu drücken Und irgendwie zu befestigen Oder sowas Aber gut Warum auch Wer soll hier rumlaufen? Ich weiß nicht was das hier ist Komisch Das Ding ist wieder versiegelt oder sowas Kriege ich nicht auf Oh man Keine Keine Munition mehr Unglaublich Gut Okay Ich bin im Ladescreen Gut Liebe Leute Ah Uah Da kommen wir her Bevor wir weitergehen Höre ich Für heute auf Die Folge ist jetzt auch schon wieder Eine Dreiviertelstunde lang geworden Habe ich gerade gesehen Ich freue mich jedenfalls auf Wir können mal kurz hier rausruhen Und was hier so ist Aha Heilung Ach die nehmen wir noch mit Was für eine Horrorshow hier Gut Das gucken wir noch an Nein Ich habe so ein Ding nicht Ah Ja ist eins drin oder Ich habe es gerade gehört Es ist nur die Frage Wie wir da rankommen Ja man hört das arme Viech Doch mal Eieiei Die Horrorshow Werden immer heftiger Es ist krass Wie präzise Man das machen kann Ach da ist es Du armes Ding Ja 20 Schuss Gut Das Das war dringend notwendig Sehr erfrischend Okay Gut Liebe Leute Hier kommen wir nicht rein Und wir machen nächstes Mal weiter Ich bin gespannt was passiert Und macht's gut Bis dahin Eure Lucida Tschüss Jump What We 하지 We W We W We